Hallo, alles klar? Heute werden wir eine typische Rezeite von Austrii machen. Die heißt Salzburger Nocken. Was werden wir? 7 Eier 80 Gramm Zucker Weizenmehl Speise starker Vanille Essens Citroële Schala Milch Buta Für beginnen, schlauhe und schlauhe etwas. Jetzt geben wir den Zucker. Jetzt geben wir den Zucker. Der Spiegel Spiegel Five Spiegel couple Spiegel 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de milho, 5 gramas de recente de baunilha, e um pouquinho de casca de limão. E agora vamos bater todos os ingredientes. Vamos pegar a ponteiga e untar a forma. Agora vamos colocar uma colher de leite. Despeje em uma forma de 25, 15 minutos. Prequeça o forno a 180 graus e asse por 15 minutos. E assim ficou o nosso Zasburguernockel. Aplausos Aplausos Aplausos